Das ist der Spot, der momentan in verschiedenen US-Fernsehsendern läuft. Kanzlerin Merkel, heißt es da, muss die Amerikaner für Dummköpfe halten und Trump solle sie doch bitteschön stoppen. Hinter dem Frontalangriff auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen auf höchster Regierungsebene steckt eine extrem konservative Verbraucherschutzorganisation, die die Bundesrepublik und vor allem den Autobauer VW zum Hauptfeind erklärt hat. Dass Trump versucht, Stimmung gegen Deutschland zu machen, ist ja nicht neu und das konservative Kreis 7. verfolgen auch nicht. Die gehen dabei sehr selektiv vor. Sie gucken eben nicht auf das Gesamtbild, sondern sie nehmen sich einzelne Beispiele, zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie, manchmal auch einzelne Firmen, wie jetzt VW, um Vorwürfe gegen Deutschland zu erheben. Hintergrund der Attacke sind die rund 300.000 Autos, die VW im Rahmen des Dieselskandals in Amerika zurückgenommen hatte und nun mit neuer Korrekter-Software wieder verkaufen möchte. In dem TV-Spot heißt es dazu, VW wolle das zu Dumpingpreisen tun und damit amerikanischen Autobauern schaden. Deutschland als Anteilseigner unterstütze das. Donald Trump, der wiederholt deutschen Automobilkonzernen mit Zöllen gedroht hatte, solle das verhindern. VW reagierte jetzt auf den Spot und teilte mit, das müsse man wohl aushalten und das könne man auch.